ja genau er trägt mich langsam richtig auf hey meine franzer wildland victor verdammt hey hör mal ja gar nichts der schon wieder der bist du eben erst geknitt das ist doch richtig auf können welche ich schon in geschissenen stadt macht hier die ton auch noch mit rundherum oder was macht nötig schon auf dem hanser jetzt kommen die auch noch ist das denn mal jetzt kommen die noch von hinten meine fresse leute da kann man ihn angehen manchmal kann ich mich gar nicht umdrehen und heute bin ich tot hallo fahrzeug zerstört und mit der mit der hat mir schon wieder jetzt ja und ist ein bass raping an oder was er hört mal nix bass rapen hier kann ja gar nicht angehen wird nah geschossen Nee, du, ich lauf lieber Jetzt fahr weiter Hm, sind wir jetzt schon so feige, dass wir mit einer Wand aufrausschießen Ist das so Ist ja sehr heldenhaft, auf jeden Fall Jetzt reicht mir jetzt sicher auch kein Morg mehr Stehe ich auch jetzt einen Mörderschlag da rein Linke Morg, dass ich zum 10 gedrückt habe Ja, wissen wir Also jetzt müssen wir die, die Battlefield Bad Company 2 gespielt haben Sagen wir es so Ja, soba Geil, auf jeden Fall Ich hoffe, dass die nächste Besser ist Bis wir die nächste Runde Nicht dies mit Ich sagte eigentlich, ah man, ich bin so verpeilt heute Warum hat er mal den Skipper geschrieben? Okay, ist nicht so wichtig Hm, ein Kills Kills ein Benutzt 30 Sekunden Wow, geil! So, dann guck ich mal, dass ich vielleicht ein bisschen was gucke Hä, wieso schon wieder laden? Hm, geil! 2 zu 19 Wow Hab ich einen geiler Stand Fucker vom Acker Ah ja, auf jeden Fall So, rein Schau ich mal Ah, lass mich durch Ah, ein guter Panzer Ah, geht hier, die Geschossen, was ist das denn? Geht der nie ab? Schau ich mal Oh, ich kann ziemlich fast zoomen Zwölfach zoomen vor der Wind Bisschen der FTW Ich hätte mir vielleicht ein anderes Gewehr holen sollen Weil schwarz fällt ja schon ziemlich auf Zack Schau ich mal Ich seh ja nichts Ah Was? Alpha? Ach, Alpha ist da Ja, gut So nach mir Charly ist Charly bin ich ja Was zum Geh weg da Ne, ne fresse Stört der mich hier beim Snipern Na toll Natürlich kommt man da nicht durch Man kann sich auch überhaupt nichts durchzwängen Nur nicht hier liegen Geht der nicht Feindlicher Jet Ski kann mich mal Ach, genau Ist denn Altersschwäche gestorben oder wie? Dann schaue ich jetzt da runter Ich schluckte Granate Nein, ich habe keine Bewegungsmöglichkeiten Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ein schwarzes Gewehr überhaupt nicht auffällt Hier so im Gebüsch Habe ich doch überhaupt noch nicht erwähnt, oder? Ey, hör mal Hallo Ja, ich weiß Ja, ich weiß War einer Na, vor mir irgendwo Ich weiß es doch Ich weiß doch, dass hier einer war Zeig dich Zeig dich Ah, Mann, die wollen heute alle nicht sterben Wow, habe ich viele Punkte Schon mehr Punkte, als ihr alle je sammeln könnt Haha, checkt ihr Sarkasmus Ich habe da doch einen Schuss gesehen Da habe ich jemanden laufen gesehen Da habe ich jemanden laufen gesehen Mist Blöd, dass man sich nicht hinlegen kann Das wäre wirklich geil Hör mal Merkst du das noch? Meine Fresse Ey, gibt da wirklich Leute, die merken das nicht? Ja, habe ich auch Aber ich weiß nicht, wo sie ist Oh Ich denke mal, da hat mich jemand gesehen Habe ich so das Gefühl Also, scheiß es denn nicht Ja, ORF-Einsatz Timsch Kann ich nicht in besseren Squad? Einen, wo mehr drin sind Ist nämlich super So, dann schaue ich mal Wo haben wir denn eigentlich überhaupt einen sehr guten Platz? Bis jetzt habe ich nur gute Plätze, aber sehr gute noch nicht Autsch So ein Fallschirm war der nicht schlecht gewesen, aber der hat sich nicht geöffnet Oh, wir haben fast alle Basen Geil Keine Ahnung, wenn da so schön schneit war Ich noch nicht Ich schaffe da einfach nichts Hi So, schon Bewegungsmelder gewerft Was zum Hm Hm Ja Hmmm … Kompl45 … Delft … … … … Kauppmann durchschlaufen und ich mache Ja, Moment, da ist doch Muni-Pack, oder? Irgendwo. Ja, da. Ja, ich hab schon gemerkt. Ja, treffen muss man ja schon können. Oder? Oder ver... Uff, tu ich mich da gerade. So, Moment, dann schaue ich mal. Mach mir mal eine Anne-Mine. Die kann man super annehnen. Auf jeden Fall. So. Ich glaube, der hat Angst, dass ich den töte. Naja, sag mir doch, wo du bist. Da ist er. Hi. Hä? War da gerade einer? Oder macht ihr mich jetzt doof hier? Ja, für Bewegungsmeldung. Verdammt. Da hab ich keine Bewegungsmeldung mehr. Oh Mann. Ich hab die neuen Kaufen getroffen. Ja, von wegen Gangster. Also, wer so behindert den Namen hat, der hat doch auch nichts zu tun. Ich glaube schon, wenn man mal ein anderes Gewehr... SV... 24... Schweißet nicht. Nee, schloss das. Speed. Jo, da ist Speed rauf. Komm, gehen wir mal zu dem. Guten Tag. Ah, nee, von hier kann ich nicht mehr. Ah, das ist doch immer wieder gleich. Der kann ja anscheinend super, dass man halt bei mir. Naja. Gut, vier Kills. Schießt doch einer. Hier schießen eh so viele. Ich schieß nicht nur einer, hier schießen mehr. Boah, ich hab ne Feststellung gemacht, geil. Boah. Eh. Hör mal. Das, das, das ist, das ist doch nicht. Oder ist das doch? Hm, ich weiß es nicht. Schau mal Angst. Ich habe eine Schlossbuch. Der Wagen ist verloren. Unsere Position ist aufgeflogen. Bewegungsfelder unterwegs.